Herzlich Willkommen, Vienna is calling im Basel 2.0. Wir sind nicht nur ein Restaurant, wir sind auch ein Lebensgefühl. Zu Gast bei Freunden, der wilde Kaiser. Legendär geht es weiter, hier in Basel 2.0. Wer kennt ihn nicht? The one and only Falco. Einzigartige und unveröffentlichte Werke, glückte hier zu sehen, vom Haus- und Hoffotografen Herrn von Axt. Die österreichische Tradition und die Moderne vereinen wir nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Raum und Look und Feel. Wir bieten euch auch eine große Auswahl an den Bildern von John Petschinger, dem Popup-Shooting-Star aus Österreich. Kurz aufspritzen. Einmal rühren. Und fertig ist der Kaiserspritz. Unser kleiner Weinstoff steht für euch bereit. Auch hier gibt es die jungen wilden Winzer. Hier auch zum Mitnehmen und für zu Hause. Natürlich auch gekühlt und ein bisschen Leckereien noch dazu. Von Kürbiskerner bis zu den Kernen und Pesto. Untertitelung des ZDF-Titels. Untertitelung des ZDF, 2020